Yes, ihr könnt ruhig aus Englisch irgendwie was Kleines sagen, wenn es euch hier wohlfällt. Mit lause Lied und Murmung hier mal wieder. Und einfach auch vielleicht Danke sagen. Oh ne, ihr seid alle zusammen auf Griechenstande, ich meinst du. Ich hab ja euch das gemerkt. Die Griechen können euch ja helfen, oder? Okay, dann würde ich sagen, ich bedanke euch einfach mal. Eins, zwei, drei. Ähm, zwei, siehst du. So, ah, you can learn an a difficult word. It's a difficult word. Yeah, I know. This is the most difficult word, which, yeah, it's very difficult. So, Mr. Katzibat is organized. That's the most important thing for the kids and for our kids and the kids from Germany. Because we can see how we can have come very close. Yes, even from the language, from the all about the island and the culture, the tradition, everything. Everything. That's the most important. Yes, and you know what, on the first day, on Tuesday, most of the German kids, they went for a swim and they couldn't get out of the water. Some, also of the Greek kids, they went in, but I think they are waiting a bit more for warm weather. So, today, ah, it's better, it's better weather today. Thank you. Yeah, it's perfect. Perfect day for swimming today. Yes, sir. So, you must go on a beach and enjoy it, huh? We are going to come in Nevada, then we will have a small walk to Kipuria. Yes, sir. And from Kipuria, we are going towards Mr. Bas Tetani. What is better on Falikisa? Yes, of course. So. The best places. Yes. That's the program for today. Okay. I have a small gift for the kids. Oh, no. Wait for a minute. Oh, this is great. This is Spaz from the Kefalonia. Yeah. And some places, and places from the world. Oh, okay. Yeah. It's for Kipuria. Okay. For you, Alexandra Levy. Thank you. Because you've been here. Ask me to hear, right? Yeah. 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 So, you are kids too. Kids are ten, eh? Yes. Ten German kids and ten Greek kids. Yes. It's for the German kids, because our kids, they have all these places. Okay. Okay. So. They have the real islands. Thank you. Now, all the German kids, please come in front. You will get the castle. Use it and put it on the freezer, maybe. Yeah. It's fantastic. Okay. Ah, okay. If we can. If he can. Bravo. 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 Okay. I wish it has bad, er... You haven't tried it for you seven times? Uh... So, where... ... will stay here? I wish it was bad, eh? You haven't tried it for you so much. Ich bin sehr froh, aber ich bin sehr froh. Danke. Okay, so. Herzlichen Dank für die Gespräche. Und wir haben jetzt auch die Probleme, die Möglichkeit haben. Und wir arbeiten daran. Und wir arbeiten daran. Danke für das Telefonnummer. Ja, ja. Ich habe gesagt, ihr habt den Boots organisiert. Also habt ihr bedankt euch auch nochmal. Wir alle versuchen immer für den Bech. Ja, aber es ist so schön. Die Bech, die sind hierherge und du organisiert. Wo sind jetzt? Nein, sie sind zu dir. Dann werden wir bei uns in die Kürbänen, in den Kürbänen, auf die Riefe. Und wir sind hierhergegen. Und wir sind hierhergegen. Ja, 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 wir haben hierhergegen. Ja, wir gehen. Ja, wir gehen hierhergegen. Ja. Und dann gibt es die Jugendlichen, die Jugendlichen. Ja, die Jugendlichen. Ja, die Jugendlichen. Die Jugendlichen.